Ich habe euch versprochen, ich erzähle euch etwas über den Verlag. Ich möchte euch mal ganz kurz zum Nachdenken anregen. Wir sind in einer Zeit, wo man gemerkt hat, dass die Medien, oder wo wir eigentlich erwacht sind darüber, was immer schon stattgefunden hat, dass wir über Medien manipulierbar sind. Und ich habe ja schon ein seltsames Erziehungsmuster gehabt, also nicht üblich. Bei mir gab es den Fernseher nur zu einer gewissen Zeit und zensiert im Sinne, was ich glaubt habe, was meinen Kindern gut tut. So habe ich es auch mit den Spielen gemacht, so habe ich es auch mit den Büchern gemacht. Das heißt, ich war sehr, sehr umsichtig, was die Manipulation, weil umgehen können wir sie sowieso nicht, also ich war sehr umsichtig, mit was sie manipuliert worden sind. Und ich wollte freidenkende, selbstdenkende Kinder, die frei sind und eben selbst entscheiden und auch Konsequenzen dann tragen. Und der Verlag ist einer, wie beim Fernseher, wie beim Medien, ist der Verlag immer auch einer, der bestimmt, was wir lesen, indem er sagt, okay, den Autor wollen wir, den nicht. Dieses Thema wollen wir, dieses Thema bringen wir nicht. Und darum würde ich auch jedem vorschlagen, dass er sich mal auch so am Rande von diesem Verlag unter Masseninduktion und Bildung bewegt, sucht, schaut, wahrnimmt, weil dort sind die schönen Schätze. Wie hat Picasso gesehen, auf der Straße lässt sich gut laufen, aber daneben sind die Blumen. Und ich habe deshalb auf den Verlag hier in diesem Buch ein bisschen ganz heftig auf die Schippe genommen, weil dieser Buchstabenmeister ist also sozusagen der Verlag. Und ich habe auch gesagt, wo steht denn das, wer verlegt? Und zwar steht das hier, hier, auf der vierten Seite. Weiß ich natürlich nur als Autorin, weil man mir dann gesagt hat, du, das muss ja alles auf diese Seite, das muss rein. Wer hat die Grafik gemacht? Wer hat es geschrieben? Wer hat es verlegt? Wer hat die Bilder gemacht? Wann? Und so weiter. Also das da ist bei mir auf jeder Seite und vorgeschrieben ist die vierte Seite. Man kann schön zählen. Und das habe ich im Buch mit eingebunden und habe ihn also auch ein bisschen auf die Schippe genommen, weil dieser Buchstabenmeister, der Herr Verlag, ja, der hat natürlich auch den Anspruch, dass er der Chef im Buchstabenland ist, so wie das so mancher Verlage eben auch meint. Und der Autor ja, der Autor nein, diesen Inhalt ja, diesen Inhalt nein. Und am Ende des Tages ist der Leser, der das konsumiert und er bestimmt also, was wir lesen. Da muss man mal drüber nachdenken, inwieweit man das will. Ich habe mich da rausgenommen, ich bin also nicht gerade ein Systemrebell, aber ich bin eben die Blume am Rande des Weges, die Schöne. Und biete da ein bisschen mehr als wie die Masse und bereichere damit die Welt. So sehe ich das. Und darum sind die Bücher auch alle so im eigenen Verlag, im Eigenkonstrukt gemacht. Mir sagt dann auch keiner, ich müsste mal die Autoren anhören, die das über den Verlag machen. Da schmiert man da den Text raus, den baut man um und sowieso wird der Titel umgebaut. Und am Endeffekt ist man todunglücklich, dass eigentlich der Preis, um es zu vermarkten, bedeutet, dass das Buch eigentlich nicht mehr wirklich eigentlich sein eigenes ist. Oder so, wie man es gedacht hat. Und das finde ich sehr traurig daran. Und jeder Autor im Übrigen auch. Aber mein Gott, man nimmt es halt hin für den Preis, dass es in Masse nachdenken verlegt wird, verkauft wird. Aber noch was. Wisst ihr, dass nachdenken eigentlich der wirkliche Kreator von so einem Buch am wenigsten verdient? Das müsst ihr euch mal geben. Eigentlich kann das Buch ja gar nicht existieren ohne diesen Kreator, ohne diesen Schöpfer. Ohne den Autor und der, wo es zeichnet oder setzt. Und trotzdem verdient er am wenigsten davon. Und das finde ich nicht richtig. Also ich habe ja gesehen, darum, mein Verdienst ist gar nicht wichtig. Ich habe das, also meine Arbeit ist komplett frei. Ich habe jetzt hier in den Büchern, darum sind sie auch entsprechend teuer. Und in den Jahren, wie das eben leider auch hoch ging, entsprechend teurer worden. Ich habe es komplett zum Selbstkostenpreis gemacht. Das heißt, da drin ist nur der Buchdrucker. Da drin ist nur das Lektorat, wo ich zahlen musste. Und den Rest mache ich eh selber. Und es ist bezahlt bereits von mir als in Vorkasse. Das heißt, ich bin davon felsenfest überzeugt, dass das ein gutes Buch ist, dass es für die Kinder wertvoll ist. Und habe das gedruckt schon, habe das bezahlt. Und wenn die jetzt Gelder reinkommen, verwende die nur, um das Nächste zu schreiben. Meine Ideen, Kraft, Reichtum und Fantasie ist so unfassbar breit gefächert. Also da könnt ihr jeden Tag fast eins schreiben. Ja, also gut, kauft seins im Shop. Oben blendet ihr euch die Adresse ein. Ihr würdet mich freuen. Vielen Dank. Und ich erzähle euch weiterhin, wie geht es weiter in dem Buch, was habe ich mir dabei gedacht und warum und weshalb. Bleibt es dran, Fortsetzung folgt.